Herr Anscho, als im Signi der Männerherstellung angesehen werden kann. Herr Anscho, als im Signi der geistlichen Macht, in der Antike war der Ritus der verrückten Hände gekannt. So waren die Antike, wenn ich nur die römische Antike, sondern auch die Hütter. Und bei der Begegnung mit einem Gott, einer Gottheit und einem Herrscher, sowie bei der Entgegennahme eines göttlichen Geschenkes, wurden die Hände verhüllt. In der Folge wurden wir auch bei gotesdienstlichen Handlungen die Hände verhüllt, beziehungsweise Handschuhe getragen. Ab Beginn des 9. Jahrhunderts wurden in Frankreich, Deutschland und Italien Handschuhe in liturgischer Verwendung. Ab Mitte 10. Jahrhundert wurde der Handschuhe offiziell anerkannte Bischofsinsignie durch Überreihung bei der Bischofsweihe als sichtbares Zeichen der Gnade Gottes. Diese Bischofsinsignie musste aus einem nahtlosen Gewebe bestehen, war meist feingestrickte Frauenarbeit, also Klosstarbeit. Wohl auch die noch zu besprechenden Handschuhe des Königs, des Richters und des Hausvaters, aber wohl nicht die des Ritters, also da war der Plattner dann zuständig, waren Frauenarbeit. Vom Ende des 13. Jahrhunderts an wird die Bibelstelle Genesis 27, 16 in einem feierlichen Gebet anlässlich der Bischofsweihe als Grund dafür angegeben, warum dem Kandidaten Handschuhe gegeben werden. Zitat Wie einst Jakob, dein Liebling, sich den väterlichen Segen erwarb, weil er an den Händen mit der Böcklein-Böckchen bedeckt. Wie Sie wissen, handelt es sich hierbei um einen Betrug, da die von der Mutter Rebekka gefertigten Fällchen der verspeisten Ziegenböckchen dem blinden Vater Isaac Glauben machten. Es handelt sich um den älteren behaarten Sohn Esau und er daher Jakob, dem erstgeborenen Segen, erteilte, also dem Jüngeren, womit er diesen über seinen Bruder, dem älteren, zum Herrn erhob. Neben den Bischofshandschuhen konnten auch Käpte Handschuhe als Zeichen ihres Amtes, ihrer Würde und ihrer Macht erhalten. Der Handschuhe als Insigne der weltlichen Macht, der Handschuhe des Königs. Der Beleg des Handschuhs als Insigne des Königs lässt sich ab der otonischen und karolingischen Zeit erbringen. Die kaiserliche Stiftskirche des heiligen Bartholomeus in Frankfurt war zumeist, das heißt fast immer, Königs- bzw. Kaiserwahlort von 855 angegefangen, den indischen König Lothar, bis 1792 Franz II. von Abstor. Vor den Toren der Stadt Frankfurt musste auch ein Lager von sechs Wochen und drei Tagen abgehalten werden, bevor der Herrscher in die Stadt gelassen und ihm schließlich gehuldigt wurde. Dies seit 1349, seit Gegenkönig von Karl IV. Günther von Schwarzburg, dessen schönes Grabmal sich im Frankfurter Dom seitlich der Türe zur kaiserlichen Wahlkapelle befindet. In der Goldenen Bulle Karls IV. 1356 wurde sowohl der Wahlort als auch die Wahlberichteten festgeschrieben. Die sieben Kurfürsten waren die drei Erzbischöfe von Köln, Mainz, Trier und die vier Weltlichen, Pfalzgraf Bayrein, Herzog von Sachsen, König von Böhmen und Markgraf von Brandenburg. Auch wurde in diesem Grundgesetz als Krönungsort Aachen festgelegt, wo übrigens auch ein 40-tägiges Lager vor der Stadt abgehalten wurde, um mit wei die Thronstreitigkeiten vor die Tore der Stadt zu verlagern. Der Frankfurter Dom wurde auch selbst zum Krönungsort von 1562, Maximilian II. bis 1792, Franz II. Die Kaiserkrömen hingegen waren in Rom. Nach dem Vorbild von Bischofshandschuhen wurden die Königshandschuhe gefertigt. Nach der Salbung des Königs, unter anderem am rechten Arm und an der rechten Hand, nicht jedoch an der linken, wurde der König mit dem Monat eingekleidet, wozu auch die Handschuhe gehörten. Der Krönungsmantel wurde nicht in der Mitte geschlossen, sondern seitlich, damit die rechte Hand mehr Spiel hatte. In Frankreich wurden dem König anlässlich der Krönung die Handschuhe mit den gleichen liturgischen Formen wie bei der Bischofsweihe überreicht. Im Gegensatz zu Deutschland treten in Frankreich die Handschuhe sogar investierend, also amtseinsetzend, auf. Wenngleich es in Frankreich kein traditionell gebrauchtes Handschuhpaar wie im deutschen Königtum gab, da die Handschuhe hier zusammen mit dem Hemd nach der Krönung des Salbels wegen verbrannt wurden. Dies wurde von Bernd Schmini-Körpern untersucht, der 1938 eine Dissertation zum Thema Handschuhe verfasste, die 1981 neu aufgelegt wurde. Mit der rechten, behandschuhten Hand hielt der König das Zepter, in der linken den Reichsapfel. Nachdem der König den Krönungsmantel umgeengt bekam, setzten nun die geistigen Kurfürsten die Reichskrone aufs Haupt. Die in der Wiener redlichen Schatzkammer befindlichen Königshandschuhe gehörten einst zum Ornat der normalen Könige und wurden vor 12.20 in Palermo gefertigt. Bereits das erste Bildinventar der Reichsheiligtümer, ein Holzschnitt, um 1450, zeigt das königliche Handschuhpaar. Die Handschuhe gehörten bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches, 18.6 zum Krönungsmantel. In Signien können ihre Träger vertreten, so konnte auch der Handschuh die Person des Königs vertreten. Der Handschuh des Königs war dessen Vertreter, wenn es darum ging, einen Königspann über eine Stätte zu legen, um diese unter den besonderen königlichen Schutz zu stellen. Da wurde ein königlicher Handschuh genommen, um die mit Ächtung belegten Güter hinzuziehen. Zum Beispiel Friedrich mit der leeren Tasche von Tirol, der auf dem Konstanzer Konzil 1215 dem Gegenpapst zur Flucht verhalf. Dann wurden seine Güter hinbezogen. Dem Sachsenspiegel, dem Schwabenspiegel und dem Deutschen Spiel zufolge wusste der König auch zu Marktgründungen seinen Handschuh senden. In der Schatzkammer Lichtenstein-Verdutz findet sich die rechte Hänze, also der rechte Wehrhandschuh, des in Frankfurt zum König gekrönten Kaiser Maximilians II. Die Teil der Rosenblattgarnitur 1571 dieses Herrschers war. Der linke Handschuh der Ritterrüstung ging verloren. Die Bedeutung der königlichen Handschuhe unterstreicht auch die Tatsache, dass sich die Herrscher in Handschuhen begraben ließen. Als Grabbeigabe klingen natürlich nicht die originalen und wertvollen Originalinsignien, sondern Nachahmungen in der Andeutung der hohen Machtstellung, die der Verstorbene im Leben innehatte. Ein Beispiel dafür erinnert man zum Beispiel Speirer Dom, Konrad II. und Kaiserin Gisela und die Kronen. Der Handschuh des Richters. Amtshandschuhe trugen nicht nur Könige, sondern auch Richter, mit Ausnahme Sachsens. Eine Verordnung für Klarus, aus dem 16. Jahrhundert, erinnert dies mit den Worten, und soll der Richter angetanene Händschen und das Richtschwert in Händen haben. Beispiele aus dem fränkischen, deutschen und der Schweiz zeigen, dass Richter dem Hinhaber der Gerichtsgewalt Handschuhe erreichen mussten, wenn sie um Einsetzungen in ihr Amt nachsuchten. Der Richter selbst erhielt wiederum eine Handschuhabgabe vom Rat, wie dies 1482 in Erfurt der Fall war. Solcher Art wurde dem jeweils Höhergestellten ein Handschuh als Anerkennungsgabe seiner höheren Gewalt überreicht. Der Handschuh des Hausvaters und der Damenhandschuh. Wie ein König regierte der Hausvater seine Familie mit Handschuhen. Und wie der Handschuh des Königs konnte auch der Handschuh des Hausvaters diesen rechtlich vertreten. Und wie weltliche und geistliche Herrscher wurden auch Hausväter, in Nordpolen, ehemalig preußische Oberland, in Handschuhen begraben. Das Brauchtum dürfte auch anderswo nachweisbar sein, denn die Handschuhe gehörten zum allgemeinen Bestandteil männlicher Kleidung. Später. Als Rechtszeichen diente fast ausschließlich der Fingerhandschuh. Meist wurde nur ein einzelner Handschuh jener der rechten Hand getragen. Der Fingerhandschuh war ein genaues Abbild jener Hand, durch welche die Herrschaft ausgeübt wurde. Der Handschuh im Recht ersetzte wahrscheinlich die Hand im Recht und versinnwilligte die Gewalt oder die Herrschaft über ein Objekt. Zitat von Schwindekörper Man bediente sich des Handschuhs, wenn die Gewalt in die Hand eines anderen übergibt, bei Verkauf, Verzicht, Schenkung, Belehnung, bei Amtseinsetzungen. Auch wenn es sich um Rechte an Personen handelt, kann das Sinnzeichen bei Übereignungen benutzt werden. Dann allerdings werden diese Personen in gewissem Grade als Sache aufgefasst. Ganz eindeutig ist dies bei Hörigen der Fall. Zitat Ende Bereits eine St. Galler Urkunde von 1984 belegt eine Liegenschaftsübertragung mittels Handschuh. Auch in England und den Niederlanden galt der Handschuh als Herrschaftszeichen bei Eigentumsübertragungen. Dasselbe findet sie auch in Zürich im 14. Jahrhundert. Abtretungen durch Hörige mittels Handschuh. Vielleicht müssen wir das Wort Hörige noch ein bisschen erklären. Ja, das waren die Leibeigenen. Verlobung war Brautkauf. Wie Hörige wurden auch die unter dem Mund des Hausvaters stehenden Töchter mittels Handschuh verkauft. Verlobung war nichts anderes als Brautkauf und die Trauung war Ausführung der Bestimmungen der Verlobung. Inhalt der Verlobung war die Übergabe der Gewalt Mund, Hand, die Vormundung Schutz mittels Handschuh. Die drei Belege aus Oberitalien zeigen. Mittels Handschuh ging die Frau in Holland vom 11. bis zum 17. Jahrhundert von der Hand des Hausvaters in die des Schwiegersohnes über. Er war der neue Vormund der Frau. Wenn der Bräutigam um die Hand der Tochter beim Schwiegervater anhielt, dann ging es nicht um die Hand der Tochter, sondern um die Hand Mund des Vaters, die durch den Handschuh übergeben wurde, womit nichts anderes als eine Eigentumsübertragung stattfand. Unverheiratet verstorbenen Frauen wurden in Deutschland, England und Schottland ein Handschuh mit ins Grab gelegt. Wahrscheinlich auch als Schutz und aus apotropäischen Unheil abgehenden Krümmern. Bei Verheiligung von Hürigen kam es in Deutschland im 15. und 16. Jahrhundert zu Handschuhabgaben, welche dem Herrn oder seinem Stellvertreter in Anerkennung seiner Rechte gegeben werden. Dasselbe Rechtsbrauch findet sich auch in der Schweiz. Der Damenhandschuh im Verlobungsbrauchtum. Im Verlobungsbrauchtum hielt sich die Erinnerung an den Handschuh. Ein Schweizer Brauchtum zeigt ein Handschuhgeschenk an die Braut. Wenn die Frau den Handschuh nicht zurückweist, dann Zitat müsse sie ihn auch haben. Zitat Ende. Im Jahre 13 16 36 übergab ein Mann aus dem Ring und Handschuhe der Braut. Auch in Frankreich, Belgien, Oberitalien sind Handschuhgeschenke an die Braut nachweisbar. Verdammenhandschuhe in der Brautwerbung. Handschuhe sind als Liebesbeweis auch in Shakespeare's Kramen zu finden, zum Beispiel Kim Lier. Auch die in der Einladung zum heutigen Vortrag zitierte Ballade Friedrich Schillers der Handschuh von 1797 reimt sich ebenfalls in diese Geschichte ein, wenngleich mit anderem Ausgang. Der Ritter besteht zwar die Probe und bringt der Dame den Handschuh, weist sie jedoch zurück und verlässt sie zur selben Stunde. Noch zu Zeiten des Radierers Max Klinger im 19. Jahrhundert, Anfang 20. war der meist absichtlich verlorene Handschuh war dieser Damenhandschuh in der Brautwerbung Orvaux, als Renate Berger 1987 untersuchte. Reichte eine Dame dem Mann ihre Hand zum Kuss, wurde ihre Hand leicht angehoben und sich verneigend der Kuss mit etwas Abstand auf den Damenhandschuh bzw. die Hand gehaucht. Dieses Zeigen der größten Wertschätzung galt in Wahrheit nicht der Dame, sondern dem Handschuh bzw. ihrer Hand, die jedoch nicht in Besitz genommen wurde. Im Fall einer verheirateten Dame bezeugt das Ritual wohl die Achtung vor dem Besitz unter anderem eines anderen Mannes. Das Lied Ich küsse Ihre Hand Madame das wir nachher als Melodie hören wurde 1928 vom Österreicher Ralf Erwin komponiert. 1929 wurde ein gleichnamiger Film von Robert Land mit Arlene Dietrich gedreht. 1932 war I kiss your hand Madame in den USA sehr erfolgreich. Der Text zum Lied stammt ebenfalls vom österreichischen Kommunisten und Autor Fritz Rauter. Der Handschuh im Hochzeitsbrauchtum in Handschuh gibt es nicht nur für Damen Hochzeitskleider Damen Hochzeits Schuhe zu kaufen sondern auch Hochzeits Handschuhe für Männer. Hochzeits Handschuhe waren bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts auf den meisten Hochzeitsfotos zu sehen. Also der Mann trug sie in seiner Hand. In England wurde vom 17. bis ins 19. Jahrhundert bei Hochzeiten oftmals an alle Anwesenden und an die Braut Handschuhe verteilt. Beim Tanz musste der Mann schon im Spätmittelalter die Frau in Handschuhen zum Tanze führen während er beim Tanz selbst diese in der Hand halten musste. Da der Handschuh des Hausvaters diesen rechtlich vertreten konnte verwundert auch folgender Bericht von 1894 über die Trauung einer Braut mit einem Handschuh in Holland nicht. Die Ehe wurde jedoch die Braut und den bevollmächtigten Handschuh des Bräutigams geschlossen, was als Überbleibsel vom Übertragen einer Befrugnis anzusehen ist. Noch 1914 wurde in Holland eine standesamtliche Trauung eines Mädchens mit einem durch einen bevollmächtigten vertretenen Kolonialbeamten eine Handschuh Hochzeit genannt. 2003 heiratete Kosmonaut Malitschenko nach des texanischen Recht auch in Abwesenheit bzw. ein Vertreter gültig von der Internationalen Raumstation diese heißt sage ich nicht weil wir sind auf Video von dieser heiratete er seine Braut die Katharina Dimitreva auf der Erde es handelt sich hierbei um die erste Eheschließung mit einem außerirdischen Bräutigam dieser habe zum Oberroll eine schwarze Fliege und Wrack zur Heirat getragen der lebensfrohste Papp Reutigam auf der Erde hingegen trug keine Handschuhe und die lauten verlorene Handschuhe schwirren mit anderen Müll und Schrott teilen mit rund 28.000 Kilometer pro Stunde um die Erde und unser ganzes Sonnensystem saust mit 220 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum unserer Galaxie und Heimat Milchstraße Der Handschuhe Mann In Vorarlberg und Lichtenstein gibt es heute noch eine Bezeichnung für Männer die eine hausväterliche Gewalt Gewalttätigkeit nicht ausüben Er wäre ein Handschuhe Dialekt Anhenja Der Ausdruck Handschuhe bedeutet in diesem Zusammenhang wohl so viel wie Waschlappen oder Waschhandschuhe Offenbar wird hier ein Mann gemeint der der Frau nicht zeigt wer der Mann im Haus ist Das Schimpfwort Handschuh für einen Mann könnte aber auch den Frauen Handschuh bezeichnen Demnach stünde der Handschuh Mann unter dem Diktat eines Frauen Handschuhs was die größte Schmach bezeichnet Niemals sei dieser Ausdruck für eine Frau verwendet worden Der Handschuh Schuh des Wehrfähigen Wie die Hausväter trugen die wehrfähigen Handschuhe Dies seit dem hohen Mittelalter als der Handschuh Teil der Rüstung wurde das Schwert als allgemeine Bewaffnung aufkam und den Speer ablöste Bei den Rippuaren Rippuarien Rheinfranken war dies zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert der Fall Die vom Handschuh verdeckte rechte Hand am Griff der Waffe und Schwert garantierte die Ehre des Mannes und war an Kampffähigkeit geknüpft Der Wehrlose Galt als ehrlos und war politisch nicht stimmberechtigt Wurde die Mannes Ehre verletzt kam es zu einem griechlichen Zweikampf der mit Handschuhen und Schwert ausgetragen wurde In diesem Zweikampf Zitat von Lute Freward die dieses Thema untersuchte in ihrem Buch Ehrenmänner das Duell in der Bürgerling Gesellner 1991 In diesem Zweikampf der im Sachsenspiegel des 13. Jahrhunderts beschrieben wurde standen sich Kläger und Beklagter unter den Augen des Richters gegenüber und fochten mit Schwertern um ihren Rechtsanspruch siegte der Beklagte und sprach ihn der Richter frei unterlag er und galt er als schuld also es kann gleichsam eines Gottes Urteils bleiben Gott war auf der Seite des Sterben 1459 legitimierten folgende verliehen zum Zweikampf Mord Mord Verrat Kitzerei Treulosigkeit gegen den Herrn Wortbruch Not Zucht Verletzungen der Ehre Nicht zugelassen an all jene die keine Waffen tragen dürfen unfreie Frauen Kinder Jugendliche Kreise Kranke Geistliche Personen die nicht Waffen drohen Im Ende des Mittelalters wurden gerichtliche Zweikämpfe immer seltener und im 16. Jahrhundert bürgerte sich stattdessen vom Adel ausgehend das Duell ein Zunächst in Spanien Frankreich in Italien nach dem 30-jährigen Krieg also nach 1648 auch in deutschen Territorien Es wurde nicht mehr vor den Gerichtsherren ausgetragen sondern es war eine Angelegenheit unter vier Augen auch wenn später Sekundanten und Zuschauer zugegen sein konnten das Duell war Sache von Adeligen Bürgerlichen Militärs Studenten all jenen die zur satisfaktionsfähigen Gesellschaft zählten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vergrößerte sich dieser Kreis auf kleinbürgerlich und auch proletarische Männer Studenten Reserve Offiziere was schließlich zum Ende dieses meist tödlichen Brauchtums führte Heute duellieren sich nur noch schlagende Korporationsstudenten mit Handschuhen und Degen dabei geht es nicht mehr um Leben und Tod sondern zum Beispiel darum Mensuren zu schlagen also Schnittverletzungen mitten im Gesicht der Fedehandschuh sowohl beim gerichtlichen Zweikampf als auch beim Duell spielte der Handschuh eine bereutende Rolle als Aufforderung zum Zweikampf galt der zu Boden geworfene Handschuh vor die Füße des Gegners Der Kontrahent nahm zum Zeichen der Annahme der Forderung den Handschuh auf Dieser Fedehandschuh kam im mittelalterlichen Frankreich zuerst auf Italien Deutschland England Schweiz und den Niederlanden verbreitet Der Handschuh konnte aber auch nicht geworfen sondern dem Richter übernehmen werden Mit einem Fedebrief konnte auch der Burgfrieden aufgekündigt werden Möge der Hausfrieden des philosophischen Salons in der Burgfrieden Straße immer geachtet sein Ein Wurf eines Handschuhs ins Gesicht wie Friedrich Schiller die Ballade der Handschuh ursprünglich enden ließ hätte von Seiten des männlichen Vormunds also des Vaters von Kunigun schwerwiegende Konsequenzen nach sich gezogen auch wenn es sich lediglich um einen Damenhandschuh handelte Ein Schlag mit dem Handschuh ins Gesicht oder an die Mütze also den Hilm mit Shakespeare's König Heinrich V galt als schwere Beleidigung und führte zum Zweikampf Auch beim Duell galt der geworfene Handschuh als Auftakt Wollte der Mann nicht seine Ehre als Offizier oder höherer Beamter gar seinen Beruf verlieren musste der Handschuh aufgenommen werden muss man sich mal vorstellen Was heißt das im Körschluss Ja dass also auch Männer zum Zweikampf also zum Duell genötigt wurden auch wenn sie eigentlich mit dieser Sache nichts auf dem Hof hatten aber sie waren gezwungen den Handschuh aufzunehmen sonst hätten sie ihre Ehre und ihren Beruf verloren auch eine Form von Polizien die andere das war das war also alles als der Degen nicht mehr zur Alltagskleidung gehörte wurden Duelle öfters mit Handschuh und Pistolen ausgetragen es liegt eine Kontinuität des Handschuhs bis hin zum Griff der Vorderlader Pistole vor als Schutz vor den Zündfunken wurde an der rechten Hand ein Handschuh getragen später traten die Kontrahenten im schwarzen Gesellschaftshanzug auf zu dem auch Handschuhe gehörten auch die häufigste Uhrzeit des Geschehens spricht bei den Hinterlagen und Revolvern für Handschuhe meist im Morgengrauen wenn es noch kühl ist und wer kennt nicht die Shootings im Western Genre des Films In der Waffensammlung des Kunsthistorischen Museums in Wien aber auch im Schattenburg Museum Felkja finden sich Duell Perkursions Pistolen Paare aus dem 19. Jahrhundert Kassetten mit Duell und Scheibenpistolen gehörten im 19. Jahrhundert nach 1800 zum modischen Besitz des vornehmen Mannes 1906 war das Pistolenduell sogar olympische Disziplin der Gegner war allerdings eine Schaufenster Kuppe duellierende Männer und Nationen gibt es im übertragenen Sinn bis heute zählt Duells war nach Ute Frewart die Versöhnung der Streitparteien was auch direkt durch eine Entschuldigung und verbunden mit einer Wiedergutmachung oder heute durch Einschaltung eines Schiedsgerichtes auch auf internationalen Ebene unblutig erzielt werden könnte Rauchtumsrelikte Kriegsgefangene übergaben ihren Handschuh als Zeichen dafür dass sie sich in die Gewalt des Gegners begaben wie dies Belege aus dem späten Mittelalter aus Frankreich England und Deutschland zeigen die Zugehörigkeit des Handschuhs zur krimierischen Ausrüstung seit dem Hochmittelalter mag Grund für die alte Sitte sein bei Handreichungen den Handschuh auszuziehen und auch bei Begrüßungen zum Zeichen für die friedliche Absicht des Handreichenden bis heute gilt ein Handschlag mit Behandschuh da Hand als unhöflich die nicht wehrfähigen Frauen hingegen brauchten ihre Handschuhe nicht auszuziehen der Lehnsmann hatte ohne Handschuhe vor dem Herrn zu erscheinen womit ausgedrückt wurde also unbewaffnet zu erscheinen habe in Anwesenheit eines Herrschers als drittes Handschuh Tragverbot wie in Spanien noch im 19. Jahrhundert üblich auch vor Gericht das ja ein befriedeter Bereich circa durfte niemand in Handschuhen erscheinen und die Kirche als ebenso befriedeter Ort durfte im Mittelalter nur ohne Handschuhe betreten werden mit einer Ausnahme der König durfte mit Handschuhen und Schwert er als Schirmherr der Kirche dererlei war die Ausnahme durfte so die Kirche betreten noch heute nehmen Buben und Männer vor betreten einer katholischen Kirche Mütze oder Hüte ab und ziehen ihre Handschuhe aus während Frauen ihre Mützen Hüte und Handschuhe auch während der Heiligen Messe tragen Die Emanzipation der Frau Die Emanzipation bezeichnet etymologisch aus dem Manzipium gehen das heißt aus der väterlichen Gewalt Hand zur Selbstständigkeit Selbstverantwortlichkeit und Mündigkeit entlassen Über die Frauen Emanzipation im Zuge der Französischen Revolution 1789 Die Bürgerliche Revolution 1848 die sogenannte Erste Frauenbewegung und die sogenannte Zweite oder Neue Frauenbewegung seit 1968 kann ich aus Ständen Gründen und Zeitlinien hier an dieser Stelle nicht eingehen möchte ich jedoch zwei bedeutende Frauen erwähnen die eine Lebensfreundschaft verband und welche in meinem lichtensteinischen Heimatdorf ihre letzte Ruhe fanden Maria Gräfin von Linden 1869 bis 1936 hatte die Universität für sich erschlossen wie dies zuvor bereits Dorothea Christina Leborin verheiratete Erxleben 18. Jahrhundert in Halle in Medizin und Dorothea Schlözer 18. Jahrhundert in Göttingen Philosophie gelungen war Sie wurde erste Professorin Deutschlands und zwar in Naturwissenschaften 1908 wurde sie Leiterin der parasitologischen Abteilung des hygienischen Instituts der Universität Bonn Zitat von ihr Das dritte Reich nicht mein Pläsier so zieh ich morgen fort von hier hinüber an des Helvetias Rhein in mein geliebtes Lichtstein Zitat Ende Sie verbrachte von 1933 bis 1936 der letzten Lebensjahre in Scharen und sie pflegte im männlichen Gesellschaftsanzug aufzutreten zu dem auch Handschuhe gehörten Wir sehen dann auch eine Abbildung da wurde Ihre Freundin Gabriele Gräfin von Bartensleben verheiratete von Andrian Wehrburg 1870 bis 1953 studierte klassische Philologie und Archäologie in Zürich Leipzig und Heidelberg um 1900 promovierte sie als erste Frau in Philosophie an der Universität Wien und lebte bis 1925 in Frankfurt am Main wo sie bis 1922 als Lehrerin tätig war 1908 bis 1914 hatte sie enge Verbindungen zum Psychologischen Institut der Frankfurter Akademie der Sozialwissenschaften und Max Wertheimer und wurde Pionierin der Gestaltpsychologie die Dinge werden nicht als isolierte Elemente wahrgenommen sondern als Gestalten sinnvolle Ganzheiten die Eigenschaften erkennen lassen die in ihren Einzelteilen nicht existieren 1910 publizierte sie ihre Beiträge zur Psychologie des Übersetzens und 1913 über den Einfluss der Zwischenzeit auf die Reproduktion gelesener Buchstaben In einer ausführlichen Anmerkung in ihrem Buch Die christliche Persönlichkeit im Idealbild veröffentlichte sie 1914 die erste Zusammenfassung der Gestaltpsychologie und stellte diese erstmals in einen größeren Gültigkeits Zusammenhang Aus der ganzheitlichen Methode der Gestaltpsychologie entwickelte sich die psychotherapeutische Gestalttherapie die auf Wiederherstellung der gestörten Selbstregulierung und Selbstwahrnehmung zielt womit wir beim letzten Thema der Männer Emanzipation angelangt sind Die Emanzipation des Mannes nach einzelnen Frauenrechtern wie Condorcet John Stuart Mill William Thompson oder in Deutschland Gottfried Theodor von Hüppel dem war in Folge der Emanzipation der Frau kam es erst seit der neuen Frauenbewegung 1968 auch zum Beginn einer Männer Emanzipation aber auch zu männlichen Gegenschlägen was Susanne Faludi 1991 untersuchte und einer gegen Emanzipatorischen Männerbewegung als Antwort auf männliche Identitätsprobleme infolge mangelnder Anerkennung gestiegener Erwartungshaltungen und damit verbundener überfordern dies anstatt psychotherapeutische Hilfe und oder eine der zahlreichen Männerberatungen in Anspruch zu nehmen wie zum Beispiel hier in Frankfurt das Informationszentrum für Männerfragen dessen kompetente Beratung auch ich persönlich Anfang der 90er Jahre erfahren durfte wofür ich mich bedanke Trotz manipulativen Medien großen und kleinen sogenannten Alpha-Staaten sowie deren Vertreter die ein martialisches Männerbild vermitteln gibt es immer mehr Männer die ihr Mannsein neu definieren möchten ohne auf spätneolithisch frühbronze zeitliche Muster zurückzufallen und positive männliche Identifikationsfiguren für die männliche Sozialisation ihrer Söhne darstellen möchten wie aus dem Beispiel Handschuh man hervorgeht ist es auch für Männer möglich sich von gesellschaftlichen Gepflogenheiten und rechtlichen Voraussetzungen zu emanzipieren und den Handschuh der unnatürlichen Autorität im Sinne Erich Fromms der auch hier in Frankfurt wirkte abzulegen und damit auf die Ausübung von Gewalt in Familie Gesellschaft und Vaterland zu verzichten wie der Regierungsantrieb des Königs durch Anliegen der Insignien vorzogen wurde die bei feierlichen Amtshandlungen getragen wurden so musste der Verzicht auf die Regierung durch Ablegung Ablegende Insignien verdeutlicht werden Im 21. Jahrhundert dachte ich es als entscheidend dass wir vor allem auch wir Männer uns unseren Insignien und Fetische bewusst werden um uns von diesem gegenständlich und mental befreien zu können mit dem Handschuh legen wir sowohl die ausväterliche Gewalt als auch alle Waffen nieder Henri Duneau Begründer des Roten Kreuzes sagte die Utopie von heute ist die Realität von morgen schließen möchte ich meine Ausführungen wiederum mit einem Goethe Zitat wer die Geschichte nicht kennt ist gezwungen sie zu wiederholen durch Bewusstwerdung der Vorder- und Hintergründe gefolgt von Trauerarbeit dem Begriff von Sigmund Freud könnte erstmals in der Weltgeschichte neben der individuellen auch die patriarchale gesellschaftliche Vergangenheit und Gegenwart bewältigt werden die Emanzipation von Frau und Mann kann eine gewaltfreie partnerschaftliche und menschenwürdige Gegenwart und Zukunft ermöglichen Danke für Ihre Erfragsamkeit Applaus Applaus Vielen Dank.